In diesem Video geht es um die besten 5.1 Soundsysteme. Der Qualitätssieger in unserem 5.1 Soundsystem-Test geht an den Yamaha NSP41. Die NSP41 Lautsprecher liefern einen klaren, angenehmen Klang, der auch bei langem Hören dauerhaft Freude bereitet. Die Surround-Lautsprecher und der Subwoofer sind für optimales, nahtloses Crossover abgestimmt. So entsteht Raumfüllender, Packender-Klang für Fernsehsendungen, Musik und Filme. Die Lautsprecher in diesem Set haben den klassischen Yamaha-Look. Ihr geradliniges Design spiegelt ihren klaren, hochwertigen Klang wieder und passt perfekt in jeden Raum. Advanced YST2 kombiniert negative Impedanz und Konstantstromprinzipien, um die Lautsprechermembran mit maximaler Präzision anzutreiben. Die effektive Lautsprecher-Impedanz wird optimiert, was stabile und akkurate Tieftonwiedergabe sowie hohen Schalldruck ermöglicht. Das Ergebnis ist natürlicher, kraftvoller Bass. Der Subwoofer ist mit der einzigartigen Yamaha Twisted Flare Port Technologie ausgestattet. Die spezielle Form mit sich erweiternder Öffnung und sanfter Drehung zerstreut den Luftwirbel, der an der Kante entsteht, und sorgt so für gleichmäßigen Luftstrom. Das reduziert unerwünschte Störgeräusche, die nicht Teil des Signals sind, und garantiert klare, präzise Tieftonwiedergabe. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Trust GXT 698. Neue Dimensionen für ihr Klangerlebnis. Mit dem GXT 698 Toro RGB können Sie leistungsstarken und hochwertigen Dolby Surround Sound genießen, der durch die RGB Lichtshow visuell verstärkt wird. Die integrierte RGB Lichtshow des Lautsprechersets macht Klang auch visuell erlebbar. Wählen Sie aus verschiedenen vordefinierten Lichtmodi die perfekte Farbeinstellung atmende RGB-Farben für allmähliche Farbübergänge, rotierende Farben für hypnotisierende Lichteffekte oder bass-synchrone RGB oder sieben mit dem Bass-synchronisierte Vollfarben, die die Party richtig in Schwung bringen. Personalisieren Sie das Lautsprecherset nach Ihren Wünschen mit dem Eingang Ihrer Wahl. Eingeschlossen sind alle Kabel für digitalen optischen als auch analogen 3,5 mm Eingang und 6-Kanal-Direkt-Audio-Eingänge PC-Soundkarte für den Anschluss an Ihren PC, Laptop und PS4 oder Xbox One-Spiele-Konsolen. Mit Kabellängen von bis zu 5 Metern gibt es praktisch keine Beschränkungen für Ihr Wunsch-Setup. Der Preis-Leistung-Sieger in dem 5.1 Soundsystem-Test ist das Trust Tytan 2.1. Das neue Tytan 2.1 Lautsprecherset umfasst zwei attraktive Lautsprecher und einen massiven Holz-Subwoofer mit detailreichem Klang und starken Bass. Der beeindruckende 60 Watt Ausgang 120 Watt Spitzenleistung des Tytan erzeugt einen raumfüllenden, hochwertigen Klang mit tiefen Bessen. Das Tytan 2.1 Lautsprecherset liefert nicht nur großartigen Klang. Das moderne Design mit Hochglanz-Finish lässt das Soundsystem zu einem echten Blickfang werden, und ist zudem leicht zu bedienen. Im Januar 2012 wurde das elegante Design sogar mit dem Design Award von PC World Hungary ausgezeichnet. Die Lautstärke wird mit der praktischen Kabelfernbedienung eingestellt, die zudem weitere Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung stellt, damit Sie auch auf Ihrem iPod oder MP3-Player gespeicherte Musikstücke über die Lautsprecher wiedergeben oder Kopfhörer anschließen können, was das Lautsprecherset zum idealen Gefährten für die Nutzung zu Hause macht. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.